Charles Fögele presents Fashion Deals. Fashion Deal Nummer 3, Shirts. In frischen Frühlingsfarben und abwechslungsreichen Formen. Auswahl ohne Ende. Diese Woche ausgewählte Damen- und Herren-Shirts für 19.95 Franken statt 29.95 Franken. Schauen Sie jetzt bei Charles Fögele vorbei. Weitere Fashion Deals schon demnächst. Die KVG-Revision schlägt der neue Toe Welle. Mit seinem Interview im Volksblatt hat der Gesundheitsminister Mauro Pedrazzini den Ärger vor der Ärztekammer auf sich gezogen. Mich hat am meisten im Volksblattinterview gestört, was mich sehr oft schon gestört hat, bei Aussagen vom Gesundheitsminister, nämlich der Ton. Der Ton und die Wortwahl, wenn als Übertitel steht, Umsatz heilt und das auf die Ärzt gemünzt wird, dann finde ich das grundsätzlich schon verschämt. Das Präsidium der FDP hat der Thomas Panzer als neuen FDP-Präsident nominiert. Als Alexander Petliner aufgehört hat, zurückgetreten ist, ist er im Raum gestanden. Dort haben wir auch Gespräche geführt. Das war jetzt vor etwa anderthalb Jahren. Ich habe mich damals ebenfalls vertieft damit auseinandergesetzt. Ich habe mit meinen dort, da zu mal schon mit ein paar Vertrauten, das Gespräch gesucht, intensive Gespräche geführt. Lange darüber nachgedacht. Da musste ich einfach sagen, ich fühle mich zu dem Zeitpunkt, also vor anderthalb Jahren, noch nicht so weit, um das Amt auszuführen zu können. Heute, anderthalb Jahre später, ist es ganz anders aus. In anderthalb Jahren habe ich mehr Erfahrung. Ich habe Anwaltkampf mehr miterlebt. Ich habe diverse Prozesse innerparteilich miterlebt und natürlich habe ich mehr Erfahrung in der Tagespolitik sammeln können. Ein UFL Interesse ist gestern ein Vortrag zum Thema von der Blaupause des Lebens zur personalisierten Medizin gehalten worden. Personalisierte Medizin bedeutet, dass nicht jedes Medikament bei jedem Patienten gleich wirkt und auch nicht jedes Medikament bei jedem Patienten die gleichen Nebenwirkungen hat. Und dadurch, dass wir heute verstehen, wie auch die Genetik einer Person aussieht, können wir dementsprechend Maske schneider die Lösung finden, dass wir das Medikament finden, das für den bestimmten Patienten die bestimmte Wirkung hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017